Wir sind heute hier in Tschechien Paintball spielen und damit freue ich ein bisschen interessantes, weil ich das jetzt wie ein Kriegsfilm eventuell Western inszenieren und ja viel Spaß! Wir sind heute hier in Tschechien. Musik 2, 2, 3, be advised, we have a visual on enemy caricature versus grid. Not a uniform 259er 119er. I don't know, we're onto them. Break. Und dann, als ich es am wenigsten erwarte, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zusehen wie wir beim Drehen. Ich weiß, im letzten Video habe ich gesagt, ich versuche die Videos jetzt länger zu machen. Aber bei dem Video ging das nicht wirklich. Es wäre immer wieder das Gleiche gewesen und ich mag eure Zeit nicht zu verschwenden. Trotzdem passiert eine Menge Arbeit, das Video zu produzieren. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr mir helft, das Video zu verbreiten. Wenn ihr es auf Facebook teilt, euren Freunden zeigt oder was auch immer. Genauso sehr freue ich mich über ein Like. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dreht es da Gang bei. Folgt mir auf meinen sozialen Netzwerken. Und der Schütze, der mich im Video schossen hat, wird euch jetzt noch raustanzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.